alter schwede was ein intro ja um diese tollen plätze soll es heute gehen jetzt nicht um die location an sich sondern eher wie man da hinkommt bzw wie man diese findet ja ich habe ja auch schon meinen spickzettel vorbereitet denn heute gibt es einiges zu erzählen ich stelle euch heute fünf apps vor mit denen wir so unterwegs sind mit denen wir parkplätze stellplätze campingplätze alles mögliche scouten und dann würde ich sagen viel spaß in dem video kommen wir zur ersten app campercontact also eigentlich meine absolute lieblings app also die nutze ich wirklich auf jeder tour man findet super schnell campingplätze stellplätze man kann sich ein sehr gutes bild von den plätzen machen da die fotos und bewertungen direkt von der community kommen also ist wirklich super gut aber von anfang an ja die app bietet knapp 39.000 wohnmobil stellplätze campingplätze und serviceplätze also ist schon mal ganz ordentlich als free nutzer hat man zugang zu allen stellplätzen jedoch mit beschränktem zugriff also man kann pro tag auf drei standorte zugreifen man hat keine ruten funktionalität und auch keinen satelliten modus also ist schon ziemlich eingeschränkt in der free version die pro version gibt es für 9 euro 99 pro jahr alternativ zahlt man 2 euro 49 pro monat kann aber dann auch jeden monat kündigen ja ich habe mir eigentlich direkt die pro version geholt weil mir generell also das ganze layout von der app wirklich super gut gefallen hat von daher habe ich mir direkt die pro version geholt hat auch weiter den vorteil dass man seine lieblingsplätze speichern kann und man hat auch direkt die anbindung zu den karten apps von google oder apple was ganz praktisch ist also ich muss einfach nur sagen hier route starten über apple karten und fertig dann jetzt direkt zum platz also schon schon ganz cool eigentlich ja generelles fazit von der app benutzen die eigentlich auf jeder tour ich finde generell dass das handling übersichtlichkeit wirklich top im satelliten modus kann ich auch direkt mal schauen was ist rundherum da um den platz lohnt sich das da irgendwie hinzufahren was gibt es da noch so für sachen also alles in einer app ich brauche nicht springen halt irgendwie noch mal nach apple karten ein oder sowas absolut zu empfehlen jo kommen auch schon zur nächsten app alpaca camping wer jetzt an wild romantisches camping mit alpakas denkt liegt falsch jedenfalls die sache mit den alpakas campen in der natur so bewirbt der hersteller seine plattform klingt ja schon mal ganz gut ja das besondere an der app ist nämlich dass man direkt plätze buchen kann alpaca camping arbeitet mit grundstückbesitzern in deutschland und österreich zusammen so ermöglichen die das übernachten an dem see an dem waldrand oder auf der wiese also ist so ein bisschen ja freistehen in deutschland sage ich mal feeling der sonst eigentlich nicht möglich ist insgesamt sind zweieinhalb tausend plätze in deutschland und österreich buchbar die benutzung und registrierung ist kostenfrei ist eigentlich ganz schön erst bei der buchung zahlt man halt ja den preis pro nacht den der grundstücksbesitzer dann im endeffekt veranschlagt aber auch eine kleine service gebühr die dann halt alpaca camping zugute kommt ja fazit von der app also ist auch wirklich sehr übersichtlich schön gestaltet die app man kann sowohl den internet browser auf dem laptop nutzen oder auf dem handy mit der app ist beides echt schön gestaltet die app beziehungsweise plattform generell haben wir auch erst kürzlich entdeckt von daher können wir da eigentlich noch nicht viel darüber sagen jedenfalls über diesen ganzen buchungsprozess die plätze sind schon mal wirklich sehr cool und sehr vielversprechend aus also ich denke da sollte man definitiv noch mal reinschauen ja und jetzt kommen wir zur absoluten killer app park for night kennt natürlich jeder ist ja auch wirklich also vom vom umfang her mit 650.000 plätzen fast weltweit glaube ich die die umfangreichste app und das alles kostenfrei also es gibt eine pro version erzähle ich später ein bisschen zu aber mit der kostenlosen version kann ich eigentlich voll darauf zugreifen kann damit alles machen also ist wirklich eine mächtige app und wir nutzen die eigentlich auch auf jeder tour muss man schon sagen ja was ist der größte vorteil der app also ich finde eigentlich die filter möglichkeiten also ich kann nach campingplätzen nach stellplätzen serviceplätzen da kann ich sogar noch mal unterscheiden ob jetzt wirklich wc kassetten entsorgung grauwasser frisch wasser aufladen kann ich alles filtern kann ich mir alles anzeigen lassen in der umgebung wo ich gerade bin und mich auch direkt hin navigieren lassen ist auch direkt eine app anbindung an karten oder google maps das macht das ganze halt wirklich super universell und super praktisch halt einfach auf wir hatten das beispielsweise letzte auf sardinien da sind relativ wenig campingplätze bestanden auch viel komplett frei und ja mussten dann so mal fähr- und entsorgungsstationen anfahren und haben die eigentlich wirklich nur über park4night gescoutet und hat super geklappt also wirklich mega konnte direkt sehen nächste stelle 50 kilometer entfernt also das ist schon top ja die plätze werden direkt von der community bewertet und auch fotos können da hochgeladen werden macht das ganze dann auch ehrlich sag ich mal aber man kommt wirklich schnellen eindruck vom vom platz könnte es einem da gefallen oder nicht also viele machen dann nicht nur bilder von dem platz sondern auch mal so einen kleinen schwenk was was ist da so in der umgebung das eigentlich wirklich ganz cool ja wie anfangs erwähnt es gibt eine pro version die kostet auch 9,99 pro jahr hat den vorteil zum einen dass ich auf alle campingplätze und stellplätze zugreifen kann das ist in der kostenlosen version nicht so immer der fall also ich weiß auch nicht genau wovon das abhängig ist aber manche plätze kann man sich einfach nicht anzeigen lassen oder beziehungsweise detailliert anzeigen lassen man findet die auf der karte aber ja man hat da irgendwie keine infos zu dann dann wird es irgendwie ausgeblendet und in der pro version hat man auf jeden fall zugruf auf alle aktuell 650 tausend plätze ja weiterer vorteil es wird einem keine werbung angezeigt muss jeder für sich selber entscheiden aber die 9,99 investiert ich habe es tatsächlich auch gemacht wenn wir uns nachher wirklich ein bisschen auf den zeiger dass ich manche plätze nicht sehen konnte also auch wieder sardinien hat man dann auch den fall weil da habe ich die app gekauft weil ich viele plätze einfach nicht sehen konnte ich habe die auf der karte konnte ich mir die anzeigen lassen wo die sind aber ich konnte mir keine detaillierten infos anzeigen lassen das fand ich ein bisschen nervig und ja so habe ich mir da die app gekauft und bereut auf gar keinen fall ist ein bisschen 10 euro pro jahr klar ist jetzt nicht viel wenn man das jetzt mal so umlegen aber es halten abo modell also leider nicht für zehn euro gekauft und haben sondern ja zehn euro pro jahr allerdings kann man dann ja auch entscheiden man kann ja kündigen nutze ich die nächstes jahr noch mal oder nicht von daher zehn euro sind da eigentlich echt gut investiertes geld ja so ein bisschen heißt jetzt kritikpunkt sind also soweit würde ich jetzt nicht gehen aber man muss ein bisschen darauf achten die kommentare wie alt die sind oder auch die bewertung generell zu den plätzen also wir hatten das auch schon erlebt dass manche bewertung halt einfach so alt waren dass es den platz gar nicht mehr gab oder dass die service stelle halt einfach nicht mehr vorhanden war also das gibt es dann halt auch da muss man wirklich ein bisschen bisschen gucken bisschen so auf die aktualität der der bewertung einfach schauen ja jetzt kommen noch zwei apps die wir zwar bisher noch nicht nutzen aber vorstellen wollte ich die trotzdem vielleicht für den einen oder anderen ja noch was dabei und zum einen ist das die app adac camping stellplatz 20 23 wurde ganz frisch aktualisiert die app ich glaube die hieß adac stellplatz führer oder sowas bisher und ja die hat jetzt ein update bekommen hier ist es allerdings so direkt vorneweg man muss die app kaufen die kostet 9,99 euro das ist kein abo modell sondern einmal gekauft habe ich die app aber natürlich auch so ein bisschen nachteil ich kann nicht mal eben so ein bisschen stöbern oder mal gucken ist die etwas für mich oder halt nicht also ja was bietet die app also zum einen wenn ich mir die kaufe bekomme ich direkt eine digitale adac campercard mit der kann ich vergünstigt irgendwelche plätze buchen die app selber wirbt mit adac sterne klassifikation der plätze mit der die bewertet werden also es eine adac jury die die plätze bewertet so kann man sich dann halt auch ein urteil bilden die app bietet universal und standort suche mit navigations funktionen ich kann nach bewertungen filtern nach wlan verfügbarkeit hundefreundlichkeit und vieles mehr also ist eigentlich sehr schön was die filterfunktion angeht ja ich finde es tatsächlich ein bisschen schade dass man die dreck kaufen muss und ich vorher mal eben kurz testen kann und das so ein in-app kauf gibt gut muss man halt schauen zur nächsten app also die kannte ich vorher auch schon jetzt nicht die app sondern die internetseite ich wusste gar nicht dass es auch eine passende app für gibt was ich aber ganz ganz charmant finde camping punkt info ist so ein bisschen vom modell her vergleichbar wie campercontact also ich kann es kostenlos nutzen aber sehr eingeschränkt die app bietet 23.000 campingplätze und 18.600 stellplätze europaweit und ja in der kostenlosen version ich kann zwar sehen wo sich die campingplätze befinden aber mehr auch nicht ja slogan von camping punkt info ist das meiste camping in einer app sieht aber tatsächlich wirklich ganz cool aus die app muss man muss man sagen die pro variante kostet 9,49 pro jahr ist also wieder ein abo modell was ganz cool ist aktuell habe ich gerade noch gesehen gibt es die für 99 cent pro jahr also echten schnapper für einen euro kann ich die mal im jahr testen wenn mir die nicht gefällt kündige ich das aber halt direkt wieder kann man sich definitiv mal anschauen ja die app wird mit echten camper bewertungen also jetzt nicht irgendwelche gefakten gekauften bewertungen gut muss man muss man glauben entscheidendes feature ist dass man die plätze direkt buchen kann über die app ist eigentlich auch super praktisch man muss halt nicht auf den link zum campingplatz mehr und buchen und weiß nicht man kann direkt über die app buchen kostet auch soweit ich weiß nicht noch mal eine servicegebühr ja ich sehe die verfügbarkeit der plätze was ganz schön ist der platz ausgebucht oder nicht und auf der internetseite die ist generell super gestaltet finde ich man hat da viele rubriken gibt campingplatz des monats beispielsweise aus irgendeinem land kann sich so ein bisschen inspirieren lassen für die nächste tour finde ich eigentlich wirklich ganz nett ich stöber da tatsächlich in letzter zeit ein bisschen rum auf der auf der seite und man kann sich da echt gut anregungen holen also die app ist auf jeden fall zu empfehlen ich persönlich habe es mir noch nicht gekauft weil ich finde dann so ein bisschen muss dann auch echt mal so abwägen ich habe ja zwei apps würde ich jetzt zehn euro pro jahr zahle kommt jetzt noch eine dazu ja weiß ich nicht mit diesen ganzen abo modell muss man echt ein bisschen aufpassen und irgendwann wird es dann doch ein bisschen viel pro jahr ja dann war es das mit diesem video ich hoffe es hat euch gefallen schreibt gerne in die kommentare mit welchen apps ihr so unterwegs seid wie ihr so die campingplätze stellplätze oder auch freien plätze so scoutet und wie ihr das so macht wird mich wirklich sehr freuen und dann würde ich sagen sehen wir uns im nächsten video